Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Und heute ein Faktenvideo über Mrs. Norris, der Katze von Argus Filch und insgesamt habe ich 10 Fakten herausgefunden. Normalerweise würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefällt, aber was viel wichtiger ist, schaut auf jeden Fall mal in die Infobox, dort ist eine Petition gegen Artikel 13 und natürlich sollten und müssen wir alle dagegen vorgehen und ich würde euch wirklich ganz, ganz doll drum bitten, diese Petition zu unterschreiben. Naja, aber starten wir mal mit diesem Faktenvideo. Los geht's! Fakt Nummer 1 Normalerweise fange ich ja immer mit dem ungefähren Geburtsdatum des Charakters an, jedoch ist dies bei Mrs. Norris nicht ganz einfach. Es ist nur bekannt, dass sie vor dem Jahre 1984 geboren worden sein muss. Fakt Nummer 2 Auch wenn es vermutlich alle wissen, aber ja, Mrs. Norris ist die Katze von Filch, dem Hausmeister und mit diesem auf eine ganz besondere Art und Weise verbunden. Ihre tiefgehende Freundschaft macht die beiden zu einem fast untrennbaren Duo, die sich beiden dem Kampf gegen die Schüler und Schülerinnen von Hogwarts erschrieben haben. Fakt Nummer 3 Aus einem unbekannten Grund sind Filch und Mrs. Norris dazu imstande, selbst über verschiedene Etagen des Schlosses miteinander zu kommunizieren. So eilt Filch sofort zur Stelle, wenn Mrs. Norris Regelbrecher auf frischer Tat erwischt. Fakt Nummer 4 J.K. Rowling erzählte einst, dass sie den Namen Mrs. Norris von einer Figur aus Jane Austens Roman Mansfield Park übernahm, die ähnlich abscheulich und häufig im Hintergrund aktiv ist. Jane Austen ist, by the way, J.K. Rowlings Lieblingsautorin. Fakt Nummer 5 Viele vermuten immer wieder, dass es sich bei Mrs. Norris ähnlich wie bei Krummbein um einen sogenannten Kniesel handelt. Also ein magisches Wesen, was aussieht wie eine Katze, aber um ein vielfaches intelligenter und kräftiger ist. Jedoch hat J.K. Rowling bereits auf Pottermore und auf Twitter bekannt gegeben, dass Mrs. Norris einfach nur eine äußerst unangenehme, aber normale Katze ist. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6 In den ersten Filmen von Harry Potter hat Mrs. Norris noch rote Augen. In den späteren Filmen ändert sich dies jedoch ins Blaue. Vermutlich, weil sie mit roten Augen doch etwas zu unnatürlich oder bedrohlich aussah. Fakt Nummer 7 Die Schauspielerkatze aus den Filmen ist eine May-Kuhn-Katze und damit körperlich völlig anders aufgebaut, wie in den Büchern beschrieben. In den Harry Potter Büchern hieß es nämlich immer, Mrs. Norris wäre besonders dürr, May-Kuhns sind jedoch für ihre große, stämmige Statur bekannt. Fakt Nummer 8 Mrs. Norris wurde von einigen verschiedenen May-Kuhn-Katzen verkörpert. Ihre Namen waren Maximus, Alanis, Cornelius oder auch Animatronics. Dabei hatte jede Katze spezielle Einsatzgebiete. Maximus zum Beispiel war darauf trainiert, neben Filch zu rennen und auf seine Schulter zu springen, während Alanis darauf trainiert wurde, in Filchs Armen zu liegen, ohne sich dabei zu winden. Fakt Nummer 9 Die Schauspielerkatze Alanis, die in Filchs Armen lag, war sogar so gut, dass sie während ihren Einsätzen in Filchs Armen einfach einschlief. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10 Mrs. Norris war damals im Schuljahr 1992 das erste Opfer des Basilisken und wurde von diesem versteinert, weil sie ihn nur durch eine Pfütze am Boden des Schlosses sah. Anschließend wurde sie von der gehirngewaschenen Ginny Weasley an einer Fackelhalterung an ihrem Schwanz aufgehangen. Die Ärmste Ja, das war mein Faktenvideo über Mrs. Norris. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo da. Vergesst nicht die Petition gegen Artikel 13 zu unterschreiben, wie gesagt, Link befindet sich in der Infobox. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!